Was ist binaurale Meditation? Nach der Entdeckung im Jahr 1839, dass Audioimpulse die Gehirnwellenaktivität beeinflussen können, ist die binaurale Meditation ein beliebtes Hilfsmittel zur Entspannung. Die Technik basiert auf zwei verschiedenen Audio-Streams, die dem Benutzer bereitgestellt werden, wobei ein Stream dem linken und der andere dem rechten Ohr zugeführt wird. Der Name leitet sich aus der Praxis ab, zwei Biströme von akustischen oder akustischen Signalen zu verwenden, um einen meditativen Zustand auszulösen. Da das Gehirn die beiden Audiospuren nicht genau unterscheiden kann, entsteht die Erfahrung eines gleichmäßigen, rhythmischen Schlags. Bei der binauralen Meditation wird ein als binaurale Beat bekanntes Hörmedium verwendet. In einfachen Worten, diese Audiospuren ermutigen das Gehirn, einen von vier Frequenzzuständen einzugeben. Jeder Frequenzzustand ist mit dem verbunden, was der Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt tut. Indem das Gehirn dazu angeregt wird, in diese Zustände einzutreten, kann man einen Meditationszustand leichter einleiten als durch die Verwendung üblicher Meditationstechniken. Die Hirnfrequenzzustände, die durch binaurale Meditation ausgelöst werden können, werden als Alpha-, Beta-, Delta- und Theta-Zustände bezeichnet. Die häufigste Frequenz, mit der das Gehirn arbeitet, ist Beta. Bei dieser Frequenz gilt das Gehirn als wachsam und aktiv wie während der Wachstunden. Der Alpha-Zustand tritt während der Röhephasen auf. Während das Gehirn wachsam genug ist, um bei Bedarf zu reagieren, kann es in diesem Zustand dennoch Maßnahmen ergreifen. Die Alpha-Frequenz hat zu dem allgemeinen Begriff Alpha-Schlaf geführt, der sich auf jene Zeiten bezieht, in denen meine Person eine Aktivität ausführt und sich dennoch nur wenig daran erinnert, dies zu tun. Alpha-Schlaf kann am häufigsten bei monotonen Aktivitäten auftreten, die regelmäßig ausgeführt werden, und kann gelegentlich zu potenziell gefährlichen Situationen führen, zb beim Fahren. Die meisten binauralen Meditationssequenzen beginnen damit, das Gehirn in die Alpha-Frequenz zu bringen und in den Theta-Zustand überzugehen. Die Theta-Frequenz ist der wichtigste meditative Zustand, da sie im Traum die dominierende Gehirnfrequenz ist. In diesem Zustand können Menschen während der Meditation Halluzinationen oder Visionen erleben. Die N-Frequenz ist der Delta-Zustand, der im Tiefschlaf auftritt. Um in der binauralen Meditation erfolgreich zu sein, muss das Individuum immer noch Gedankenmuster ignorieren und sich von übergeordneten Gefühlen trennen, um in den meditativen Zustand einzutreten. Die Verwendung von binauralen Beats sollte als Instrument zur Unterstützung der Meditation angesehen werden. Das Gehirn arbeitet tatsächlich in allen vier Frequenzen gleichzeitig, wobei jeweils eine und gelegentlich zwei der Frequenzzustände gleichzeitig dominieren. Durch binaurale Meditation wird eine Frequenz stärker dominiert als die andere. Sobald der rhythmische binaurale Schlag endet, kehrt das Gehirn jedoch automatisch zur natürlich erlebten Gehirnfrequenz zurück.